Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir wieder auf unserem Speiseplatz Tabata. Was trainieren wir heute? Trainieren wir Bein, Bauch und Bauch. Und zwar können sowohl Fortgeschrittene und Anfänger mitmachen. Das ganze dauert 20 Minuten. Okidoki, dafür geben wir Gas. So, bevor wir starten, abonniert bitte den Kanal mit Daumen hoch. Okidoki, starten wir! Untertitelung des ZDF, 2020 Let's go. 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 Let's go.